so leute jetzt geht es weiter ja es sieht eigentlich ganz gut aus die berechnung machen die echt übelste strich durch die rechnung hier aber permanent kannst nichts machen dagegen nichts das soll mich jetzt hier nicht interessieren die kann ich nachher auch noch ausschalten so dann haltet das jetzt mal bitte ein bisschen ok machen wir das hier schöne elite einheiten hier so ich würde sagen hier haben wir den durchbruch jetzt sehen die art durch jetzt hierhin jetzt sehen sich jetzt hierhin hauen hier noch mal zusätzlich drauf hierhin 27 27 ok wir haben die linie jetzt hier ganz gut unter kontrolle jetzt muss man nur noch diese luftwaffe in der kontrolle kriegen und das hier können wir so reißen das ist nicht das problem das hier wenn man wohl zurück erobern müssen naja hätte ja können zurück so du bleibst hier dich holen wir mit du bleibst auch hier ammunition ok so die linie hier ist ganz gut die ist auch sicher hier der kann auch hier bleiben so hier hin ja ihr bombardiert hier einfach hier weiter die luftwaffe passt dann hier unten noch ein bisschen auf hier hin so gut wir wissen ja was hier unten so ist dann gucken wir doch mal was ist denn hier so ja wir müssen ja mit zwei truppen müssen wir ja mindestens da hoch solange wir hier eine front haben können wir den hier beschäftigen so ich schicke dich mal hier zurück es hat echt die überlegung vielleicht alle hier zurück zu schicken aber hm das würde so eine viel mehr bringen ne das können wir jetzt ruhig hier mal ein bisschen machen ok denn jetzt haben wir hier die kontrolle die einheiten die haben mich gerettet bis jetzt da oben ja gut gut aber das wird hier sicher auch noch was deswegen ja ist man hier die panzer abwehr vielleicht hatte ich die auch hier aber wenn ich sehe was da unten noch ist ja dann kriege ich erst kalte grauen hat hier mal luftwaffe ja in der nächsten runde ist er weg in der nächsten runde ist er jetzt weg jetzt ist jetzt guck mal was hat er noch an luftwaffe 123 ja die sind jetzt kein großes thema mehr sehr schön da hängt da jetzt momentan übel dran das war ein nicht clever kollege ja gut er kann die atelier als schutz hinten dran stellen klar naja er schickt wohl jetzt sachen hoch gehe ich mal von aus da ja Ja, natürlich hat er hier noch irgendwo eine Einheit rumgeiern. Gut, ja, wir müssen unsere Truppen da hochschicken, dass wir da die Linie zumachen können. Aber es sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Haben wir jetzt hier Ruhe. Ähm, der Tiger kann ich eigentlich jetzt hier noch lassen. So. Ich würde sagen, Priorität, dass der hier wegkommt. So. 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 So, das können wir hier so machen. Aber ich schicke mal auch mal noch hier hin. Dann gucken wir mal. Ähm, erstmal. Wenn man jetzt das. So, als nächstes. Hier hin. Wenn er jetzt hier das Gebiet haben will. Weißt du was? Dann kannst du erst ruhig gerne hier rein. Dann hau ich dich dann nachher einfach raus. Punkt. So. Luftwaffe. Mal kurz was gucken bei der Luftwaffe. Okay, das wollte ich nicht, ich wollte eigentlich, dass er den, na, ist egal. Hat sich das Thema jetzt eh erledigt. So. Ähm. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Ihr bleibt hier. Ähm. Jetzt ist die Frage. Ihr bleibt auch hier. Ihr eigentlich eher weniger, aber euch hätte ich gerne dabei. Deswegen können wir das hier auch machen. Ihr kommt mit, ihr kommt mit, ihr kommt mit. So. Wunderbar. Okay. So. Ist halt immer noch mit der Luftwaffe präsent, aber der kann ja nicht mal viel machen jetzt. Hier kann ich leider keine Arterie hinstellen. Die könnte ich, ne, kann ich hier auch nicht. Ja. Zwei, vier. Ne, dann soll er ruhig. So. Die machen das hier schon. Ihr kommt hier hin. So. Wir können davon ausgehen, dass irgendwo da unten bald was passiert. Okay. Jo, kann er ruhig abhauen. Habe ich kein Problem mit. Das gebietet so unsere Kontrolle. Hier haben wir starke Luftverteidigung. Also wenn er jetzt hier kommt, bitte. Kann er machen. Gute Verteidigung hier. Und ihr abhauen. Ähm. Das ist die Frage, welchen Weg. Ich würde sagen, wir gehen den Weg hier. Das ist kürzer. Ja, das heißt, ja schon. Ja, wir gehen den Weg, weil den haben wir auch unter Kontrolle. Zum großen Teil, würde ich sagen, haben wir den unter Kontrolle. Okay. Mit dem fahren wir hier ein bisschen rum, erkunden und gucken, was hier so möglich ist. Interessant ist, dass ich hier immer noch einen Flugplatz habe, sehe ich gerade. Ja, ja. Sehr interessant. Gut, dann würde ich sagen, go. Ja, hier oben ist es halt problematisch. Kann ich nichts machen momentan. So, wieder Luftwahrer direkt hier jetzt gleich hin und dann, zack. Dann würde ich sagen, schicken wir jetzt gleich mal die Arzere hier hin, ne? Ja, das ist das, was ich befürchtet habe. Aber es ist nicht schlimm. Ich habe hier die Granadier, die können das dann abdecken. Ja, wenn ihr jetzt hier permanent versucht, hier reinzukommen. Okay. Ja, komm schon. Ja. Haltet ihr einfach hier ein bisschen durch und dann gucken wir, was da möglich ist. So, was sagt denn das Zeitgefühl? Wir gucken. Ja, da ist noch genug Platz. So, Munition. Ähm, Artillerie. Ja. Okay. Was sagt die Artillerie hier? Munition. Die verstärken wir auch. Die hat ihre Munition. Das passt. 51 können wir machen. Das hier kann man alles momentan so lassen. Das passt. Okay. Gut, wunderbar. 2. So, die Artillerie schicken wir auch hoch. Zuheiz ist jetzt erstmal hier die Stellung. So, und dann gehen wir erstmal hier hin. Jetzt mal was anderes Thema Flugplatz. Ist das hier ein Flugplatz? Ne. Das hier ist ein Flugplatz, okay. Und setzen, machen wir erstmal Prioritäten setzen und hier auf dem Flugplatz. Das gleiche hier. Okay. Okay. Luftwaffe? Ich denke, wir brauchen sie hier unten nicht. Komm mal hier hin. Äh, ne, hier hin. Oh, Mist. Panzer war jetzt hier nicht geplant. So, ihr rückt hier weiter vor. Hier rückt hier lang, okay. Gut. Wow, da würde ich sagen, das kann man so machen. Ah, Mist. Das habe ich jetzt hier nicht bedacht. Ah, der kann hier hin. So, du kommst mal hier raus. Ja, haltet hier weiter die Stellung. Okay. Okay. Ihr wartet hier. Die haben wir unter Kontrolle. Ähm, ja, hier läuft es eigentlich auch ganz gut. 1, 4. Gut. Der Mörser, nachher müssen wir uns was einfallen lassen. Aber wenn der Mörser ein bisschen zockt, kommen wir ja auch in seine Schussreichweite. Dann können wir hier 1, 2, 3. Wenn er hier hin geht, 1, 2, 3. Hier hin geht 1, 2. Ja, dann kriegen wir ihn mit zwei Artilleriegeschützen. Dann sollte das eigentlich passen. So. Vielleicht den Tiger dann doch nach rechts verschieben. Go. Ja, da kann ich nichts machen. Ja, jetzt kommt er hier mit Panzer an. Hm. Ja, das sind die von ihm da unten, ja. Und vielleicht ziehe ich die ein bisschen zurück. Ja, einfach hier halten. Das ist okay. Ich meine, es reicht ja, wenn ich zwei Kerneinheiten hochschicke. Ja, dann kriegt der Großteil der Kerneinheiten sich da unten wohl drum kümmern müssen. Na, kommt schon nach vorne. Jawoll. Was ich erwartet habe. So. Ja, den Zug können wir jetzt noch machen. Komm. Schicken wir den. Koh staten. Verklaint ihr Salvador, das wird mir wieder geantwortet. Ah, jetzt wäre es nicht so. Oh ja. Ich würde jetzt so nach vorne drauf gehen. sehr schön so thema luftwaffe du bleibst hier werde ich dann sagen kannst du hier bleiben und ihr hoch reichweite auch herrlich das ding ist ja göttlich mittlerweile reichweite 2 der hat jetzt richtig geile reichweite ja ich würde sagen die schuldig auch mit war bist du hast keine reichweite hier munition du sollst ja auch noch mit nur hier lang kommt erst mal hierhin haben ist diese mörser haben hat keine reichweite das ist echt zum kotzen ok vielleicht lockt ihn das hier ein bisschen runter gut also du hierhin die artillerie ne sie schafft es nicht und so du machst das hier und dann würde ich sagen du hier drauf jetzt ist die überlegung ja gehe ich hierhin könnte er mir natürlich hier ein bisschen zurückschicken okay munition und mal hier hin gut wir haben jetzt hier das gebiet schon mal geräumt der zwischenbereich hier ja gut das können dann unsere truppen haben wir zu oben ankommen das wird jetzt nicht so einfach gehen das müssen wir mal abwarten was er jetzt hier noch macht weil da unten waren ja truppen das habe ich ja gesehen vom aufklären das heißt da wird irgendwo eine offensive noch gleich stattfinden nein das habe ich vergessen ja das habe ich vergessen dass der hatte hat ja noch jäger ja er habe ich total vergessen ja sehr gut sehr schön wunderbar ja wenn du da permanent in die hinterheit raus habe ich das dagegen so die panzerabwehr da gehst du nicht ran gut ja ist okay also dann war es das von dem part wir sehen uns im nächsten part wieder dann geht es weiter bis dann und ciao